Schön, dass ihr wieder reinschaut bei Tweak PC. Heute bei uns ein neues Gehäuse aus dem Hause Cooler Master. Das ist die Masterbox 540. Mittelklasse-Gehäuse für eine UVP von 114,99 Euro. RGB-Beleuchtung ist dabei, großes Sichtfenster. Es soll eine ganze Menge reinpassen. Ihr habt einen RGB-Controller dabei. Das hört sich alles schon mal sehr interessant an. Was das Gehäuse kann, was es damit auf sich hat und ob das vielleicht was für euch ist, das klären wir jetzt im Video. Und an dieser Stelle wie immer freuen wir uns über eure Unterstützung mit einem Kommentar oder auch sehr gerne mit einem Abo, wenn ihr keines mehr unserer Videos verpassen möchtet. Die Masterbox 540 wird dann mit einem kleinen Super-Paket ausgeliefert. Es ist ein RGB-Controller schon mal vorinstalliert. Es gibt die Montageschrauben dazu, Kabelbinder sowie eine kurze Anleitung. Das Call selbst ist komplett in Schwarz gehalten, aus Stahl, Kunststoff und sowohl aus einem Hutglas-Seitenteil gefertigt. Und ich würde sagen, wir schauen uns wieder außen ringsrum an und dann kommen wir zum Innenpart. Fangen wir unseren Test wie immer mit der Front des Gehäuses an. Da hat sich Cooler Master was besonders überlegt, nämlich eine 3D RGB-Beleuchtung. Seht ihr hier schon sehr schick in Szene gesetzt. Sieht besonders cool aus, wenn es natürlich dunkel ist. Die Front ist ansonsten zu großen Teilen aus diesem Hochglanz-Kunststoff mit leichter Durchsicht gefertigt. Im Zustand, wenn die Beleuchtung aus ist, sieht das auch sehr schick aus. Mit Beleuchtung natürlich dann umso besser. Nachteil an dieser Hochglanz-Optik. Staub sieht man sehr gut, als auch Fingerabdrücke. Da wäre ein kleines Wischtuch im Lieferumfang schön gewesen. Front ansonsten bietet links und rechts Lufteinlässe mit einem integrierten Staubfilter auf der Innenseite. Und die Front kann einfach nach vorne abgezogen werden. Ist die Front nach vorne abgezogen, dann kommen zum Vorschein die fest integrierten Staubfilter hier vorne. Die können einfach zum Beispiel mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Und auch sehr schön ersichtlich, die RO-Kabel hängen nicht an der eigentlichen Front dran. Das ist sehr schön. So könnt ihr kein Kabel abreißen und die RGB-Beleuchtung wird mittels eines Kontaktpins hergestellt. Sprich, einfach wieder dran gesteckt und schon leuchtet die RGB-Beleuchtung wieder und ihr habt kein Problem mit sonstigen Kabeln. Hinter der Front dann ersichtlich Lüfterplätze. Da könnt ihr optional 320 oder 240 Millimeter Lüfter hinpacken. Wahlweise auch einen maximal 280er Radiator oder einen 360er, denn ihr habt hier hinten auch Platz bei der Aussparung von 7,8 cm. Da kann man also ordentlich einen Radiator einer Kompaktwasserkühlung reinpacken. Ja, und im oberen Bereich hier auch sehr schön ersichtlich am eigentlichen Rahmen fixiert. Das ist der O-Panel, 2x USB 3.0, Power-Taster, eine Multi-Audio-Buchse als entsprechend auch ein Type-C 3.2-Anschluss und natürlich auch noch die RGB-Steuerung. Auf einen Reset-Taster hat man hier zugunsten der RGB-Besteuerung dann verzichtet. Dann kommen wir zu den beiden Seitenteilen. Wir haben auf der linken Seite ein leicht getöntes Hardglass-Seitenteil, was euch dann einen Blick ins Innere gewährt. Da könnt ihr also eure Komponenten entsprechend schick präsentieren. Das Ganze wird einfach eingesteckt und ist oben zur Sicherheit mit einer Rändelschraube fixiert. Hinten haben wir eine kleine Öse dran, um die Scheibe dann rauszunehmen. Die hätte in unseren Augen ein bisschen größer sein dürfen. Und das rechte Seitenteil ist komplett aus schwarzem Stahlblech gefertigt, also komplett geschlossen und wird von hinten mit zwei Rändelschrauben fixiert. Rückseitentechnisch Standard-ATX-Aufbau. Oben haben wir ATX-Ausgänge, ein vorinstallierter 120-mm-Lüfter aus der CycleFlow-Serie, ebenfalls 3.5 Volt ARGB beleuchtet. Das Ganze für 650 bis 1800 Umdrehungen. Wir haben unten sieben PC-Slots. Die Erweiterungskarten werden mit normalen Schrauben fixiert. Die Blenden sind zudem wiederverwendbar und unten haben wir Platz für ein handelsübliches ATX-Netzteil. Auch sehr schön aussichtlich im oberen Bereich, wie wir nachher im Inneren sehen werden, haben wir Platz von 5,6 Zentimetern. Also auch in den Deckel könnt ihr theoretisch eine Kompaktwasserkühlung mit einfacher Lüfterbestückung reinpacken. Dann ein kurzer Blick auf die Oberseite. Wie gesagt, im vorderen Bereich das IO-Panel leicht abgewinkelt, erreicht ihr sehr gut, wenn der PC unterm Tisch steht. Und hinten haben wir dann Platz für 320- oder 240-mm-Lüfter, wahlweise auch ein 360-er oder ein 280-er Radiator und das Ganze abgeschlossen mit einem magnetischen Staubfilter. Und last but not least noch zur Unterseite. Vier gummierte Füße sorgen für einen sicheren Stand. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei Schrauben zu lösen, um den optionalen 3,5-Zoll-Festplattenkäfig rauszunehmen, wie wir nachher im Inneren sehen werden, wenn wir den nicht brauchen. Und hinten noch ein Staubfilter für euren Netzteil-Lüfter. Der ist ein bisschen fummelig zum Entfernen geraten, hätte man vielleicht etwas eleganter lösen können. Und an der Ringsrum-Verarbeitung bei dem Gehäuse gibt es absolut nichts auszusetzen. Ja, dann kommen wir zum Innenraum. Was passt alles rein, beziehungsweise was ist uns da so aufgefallen? Grundsätzlich ist es mal wieder ein Zweikammerndesign, also Mainboardkammer mit Kühler, GPU und entsprechend auch dann zum Teil der Verkabelung, beziehungsweise eurer Kühlung. Und unten eine Netzteilkammer für Netzteil und noch diverse Laufwerke. Fangen wir unten an. Netzteilkammer hat hinten eine Aussparung. Das ist interessant für euch, wenn ihr ein Netzteil mit Display einsetzen möchtet. Wir haben vorne wie angesprochen die große Aussparung von 7,8 cm für einen Frontradiator. Im idealsten Fall natürlich 360. Und obendrauf auch noch Lufteinlässe, so wie hier sinnvoll platzierte Kabeldurchführung für zum Beispiel eure O-Kabel, USB, Audio oder was auch sonst ihr da anschließen möchtet. Wir haben dann oben einen Mainboardträger, der fast ITX bis ATX Mainboards. Die Abstandshalter sind bereits vorinstalliert. Das erleichtert euch ein bisschen die Montage. Wir haben eine große Backblade-Aussparung und entsprechend auch hier drei gummierte Kabeldurchführungen an den Seiten, damit ihr die Kabel alle sauber zum jeweiligen Verwendungspunkt führen könnt. Und auch im oberen Bereich nochmal zwei Kabeldurchführungen für den 12-Volt-CPU-Stromstecker, als auch noch für weitere Kabel, vielleicht für die Belüftung oder was ihr da sonst so vorhabt. Nochmal hier ein Blick dann auf den vorinstallierten 120mm-Lüfter, auf die verschraubten Erweiterungskarten. Erweiterungskarten ist ein gutes Stichwort, die dürfen hier maximal 410mm lang sein. Das ist allerdings ein bisschen davon abhängig, was ihr in die Front reinpackt, wie die maximale Länge dann tatsächlich aussieht. Und eure Luftkühler dürfen maximal 165mm hoch sein. Auch das sollte für die meisten gängigen Luftkühler auf dem Markt problemlos ausreichen. Und auch nochmal sehr schön ersichtlich hier oben. Reichlich Platz eben auch für den Radiator mit Lüftern, den man vielleicht in die Oberseite einbauen möchte. Auch noch ein sehr nettes Feature, wenn ihr schon Komponenten im PC habt und dann nicht mit einem Radiator rumfummeln möchtet, löst ihr einfach diese beiden Schrauben hier. Dann könnt ihr den Deckel rausheben und entsprechend den Radiator dann ohne viel Gefrickel einfach da einbauen. Dann noch ein Blick auf die Rückseite. Wir haben Platz für die Kabelverlegung von so circa 20mm. Flachbandkabel am Netzteil erleichtern euch das Ganze ein bisschen wie jetzt hier in unserem Fall. Wir haben unten die Möglichkeit, zwei 2,5 Zoll-Aufwerke hinzupacken mit dem hauseigenen Cooler Master-Montagesystem. Gummidämpfer hier in die Öffnungen rein, Metallstifte an die SSD und dann einfach reingesteckt. Ihr seht, kann man einfach raus und wieder rein machen. Finde ich eine sehr schöne Lösung. Auch kinderleicht das Ganze und hält auch wirklich sehr gut. Wir haben dann im unteren Bereich hier noch einen Festplattenkäfig. Da könnt ihr zwei altertypliche 3,5 Zoll-Festplatten reinbauen oder wahlweise auch noch zwei 2,5 Zoll-Aufwerke. 2,5 Zoll-Aufwerke werden hier allerdings verschraubt. Und wenn ihr den Festplattenkäfig nicht benötigen solltet, weil ihr mehr Platz wollt, um vielleicht Kabel zu verstecken, dann könnt ihr ihn auch einfach rausnehmen. Im hinteren Bereich haben wir dann Platz für ein handelsübliches ATX-Netzteil. Das darf mit montiertem Festplattenkäfig dann so um die 170mm lang sein. Wenn ihr den Festplattenkäfig rausmacht, dann auch bis über 270mm. Ja, Thema RGB-Beleuchtung bzw. Controller. Ihr seht, hier unten ist auch so ein kleiner Controller vorinstalliert. Ihr könnt wahlweise für die Effektsteuerung, zum Beispiel vom Lüfter oder auch von der Front, dann diesen Taster benutzen, der natürlich etwas umständlich zu erreichen ist. Deshalb habt ihr noch einen auf der Front. Fronttechnisch das Ganze ist einfach der Reset-Taster mit dem RGB-Taster hier verboten worden. Deshalb könnt ihr da die verschiedenen Effekte durchschalten. Wenn ihr lieber den Reset-Taster nutzen möchtet, anstatt einer RGB-Beleuchtung, könnt ihr den auch einfach hier dann umstecken. Das ist gar nicht das Thema. Sehr schön ist, dass hier gleich eine Weiche dran ist. Ihr könnt hier so also weitere 3-Pin-5-Volt-RGB-Produkte noch anschließen und die alle dann über quasi einen Controller steuern. Vorausgesetzt natürlich, ihr möchtet das nicht über euer Mainboard machen. Kurz noch einige Wörter zur Montage. Durch das großzügige Platzangebot solltet ihr da keinerlei Probleme haben. Auch wenn ihr nachträglich noch einen Radiator oder sowas reinpacken möchtet, ist das abhängig von den sonst verbauten Komponenten kein Thema. Sonst könnt ihr wie angesprochen den Deckel rausnehmen. Große GPUs, große Luftkühler passen rein. Ihr habt auch sehr viele Belüftungsoptionen. Kabelverlegung selbst geht durch die vielen sinnvoll platzierten Öffnungen auch sehr einfach und sieht auf der Vorderseite entsprechend auch sehr ordentlich aus, wenn ihr das machen möchtet. Auf der Rückseite habt ihr ein bisschen weniger Platz. Da ist auf jeden Fall empfehlenswert ein Netzteil mit Flachbandkabeln dann zu nutzen. Oder ihr schraubt unten einfach den Festplattenkäfig raus und habt auch noch ein bisschen mehr Platz, um die Kabel da unten zu verstauen, falls ihr den Laufwerkskäfig nicht benötigt. Ja, und der vorinstallierte Cycleflow-Lüfter mit seinem Drehzahlbereich von 650 bis 1.800 Uhr drüben macht auch einen guten Job. Sieht auch entsprechend schick aus mit der netten ARGB-Beleuchtung und könnt ihr dann auch gemeinsam über den Taster regeln. Ja, die Cooler Master Masterbox 540 hinterlässt bei unserem Test dann einen rundum gelungenen Eindruck. Es gibt wie immer ein paar Kleinigkeiten, über die man natürlich streiten kann. Dann kommen wir allerdings zuerst zu den positiven Sachen. Hochwertig ringsherum verarbeitet, sieht schick aus und die Front ist dank der ARGB-Beleuchtung und der Optik, für die sich Cooler Master hier entschieden hat, ein waschechter Blickfang. In Kombination mit dem pfiffigen ARGB-Controller ist das eine rundum nette Sache und ihr könnt auch weitere Komponenten noch an diese Funktion hier anschließen. Im Inneren habt ihr sehr viel Platz für große Komponenten, große GPUs als auch Wasserkühlungs-Radiatoren oben als auch vorne. Das finde ich ist eine sehr schöne Lösung. Ihr habt hinten genügend Platz, um auch Laufwerke unterzubringen. Ihr könnt den Laufwerke unten sogar rausbauen und auch größere Netzteile passen problemlos herein. Ihr habt ein gut bestücktes I.O.-Panel, da ist auch alles drauf, was man heutzutage dann so braucht. Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein großes Hut-Glas-Seitenteil, das ihr eure Komponenten dann mit entsprechender RGB-Beleuchtung schick präsentieren könnt. Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind. Die Front zieht natürlich staubmagisch an aufgrund der Hochglanzoberfläche, da wäre ein kleines Staubtuch sicher im Lieferumfang nicht die schlechteste Wahl gewesen. Auch hätte es uns gefreut, wenn man für den Preis von um die 115 Euro ein paar mehr Lüfter vorinstalliert hätte. Einer am Heck ist zwar eine nette Sache, zwei noch in der Front hätten das ganze Paket aber etwas runter gemacht. Der fummelige Staubfilter unten hätte auch eine etwas elegantere Lösung vertragen und die Nase am Sichtfenster hinten, dass man es einfach rausmalen kann, könnte in unseren Augen auch noch ein bisschen größer sein. Ja, das wäre es zum Fall von unserer Seite allerdings ringsum ein sehr schickes und interessantes Gehäuse. Deshalb seid ihr jetzt noch gefragt, wie sieht es bei euch aus? Wie findet ihr das Gehäuse? Habt ihr Fragen, Einregungen oder Kritik? Dann nutzt ihr sehr gerne die Kommentarfunktion unter diesem Video. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr heute wieder bei uns reingeschaut habt und ihr wisst, wenn euch unsere Arbeit gefällt, weil ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben, über ein Abo und wenn ihr auch gerne einen Kommentar hier drunter schreibt und natürlich auch die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keines mehr unserer Testvideos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei TweakPC einfach wieder.